Die Brillenkamera überzeugt mit einer Full-HD-Auflösung, einer hohen Akkulaufzeit und einer einfachen Bedienung. Sie können damit den ganzen Raum filmen, aber vor allem auch sehr gut Details aufzeichnen. Hier sehen Sie zum Beispiel, dass man die Schrift in einem Katalog sehr gut erkennen kann und später auswerten kann. Auch was an einem Monitor geschrieben steht, lässt sich problemlos hinterher auswerten. Der Blick in den Spiegel offenbart, dass die Brille sehr gut sitzt und nicht von einer herkömmlichen Brille zu unterscheiden ist.